Jo, was geht Leute und herzlich willkommen zurück zu Autotalk. Heute rede ich mal ja über die Chevrolet Corvette C7 ZR1 von 2018. Ein langer Name, aber das lohnt sich den auszusprechen, denn dieses Biest ist unglaublich hammermäßig geil. Ja, die Lady wird ca. 150.000 Euro kosten, was ja im Grunde der Basispreis für eine ZR1 war und ist. Setzt allerdings deutlich mehr auf Leistung, denn die neue Corvette ZR1 hat nämlich 765 PS, was unglaublich stark ist. Stärkste Serie Corvette aller Zeiten. Mehr PS als ein Lamborghini Aventador SV, kostet allerdings deutlich weniger. Unglaublich toll, muss man einfach sagen. Corvette ist halt Corvette. Viele coole Carbon Features, riesiger Heckspoiler, der ja die Corvette quasi so zum Track Tool machen soll, die ZR1, die neue. Muss aber nicht sein, ist nur optional. Also man kann ja auch ohne nehmen, die Corvette ZR1. Und an sich erstmals auch als Cabrio als ZR1, was sehr besonders ist, weil die ZR1 gab es noch nie als Cabrio und jetzt gibt es sie doch. Finde ich sehr cool. An sich das Design unglaublich toll. Ich glaube, da kann man einfach nicht meckern. Ich finde Corvette entwickelt sich immer besser und besser und besser. Also wirklich mega geiles Biest und ein Träumchen. Ein richtiges Träumchen. Und ich bin richtig gehypt auf dieses Auto, weil einfach nur brachiale Leistung für, in Anführungszeichen, kleines Geld. Geiles Auto, was willst du mehr? Ähm, ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne ein Like, abonniert den Channel, es würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten hören wir uns bald wieder hoffentlich. Ciao, ciao.